Wir vertiefen das Thema hier bei uns im Studio immer noch mit meinen beiden Studiogästen. Was würden Sie sagen, letztlich, man hat jetzt gehört, da ist, vertrauensbildende Maßnahmen sind wichtig, trotzdem ist es schwierig zu einem Kompromiss zu kommen aus Ihrer langjährigen Erfahrung als ZDF-Korrespondent. Was würden Sie sagen, sagt uns das über das Konstrukt auch des Euro-Staatenbundes im Moment aus? Denn die Krise in Griechenland ist ja letztlich vermutlich auch nur stellvertretend. Steht sie für etwas anderes, was auch schon seit Jahren vielleicht, wo es im Getriebe ein bisschen hakt? Europa ist immer ein Kompromiss und es ist ein Gesetz eigentlich in Europa, es darf bei einem Kompromiss offen keine Verlierer geben. Das hat man in der Vergangenheit immer ganz gut hingekriegt, auch nach vielen, vielen Nachtsitzungen. Und das war jetzt ein neuer Fall. Da wurde von griechischer Seite, und die haben die Hauptverantwortung dafür, eine Eskalation hereingebracht. Auch in den Worten, dass man die Kollegen als Terroristen bezeichnet hat in der Presse, das ist unentschuldbar. Und deswegen musste auch, war es überfällig, dass Herr Varoufakis, eben der griechische Finanzminister, ausgetauscht wurde. Das war überfällig. Vieles hätte es erleichtert in der Vergangenheit, wäre er früher gegangen. Er ging nämlich allen auf die Nerven, eben in seinen Belehrungen und eben auch mit seinen persönlichen Angriffen. Das hat es vor dieser Zeit in der Euro-Gruppe noch nie gegeben. Da liegt eindeutig die Verantwortung bei den Griechen. Was den Kompromiss betrifft, wir hoffen alle darauf, dass es wird eine politische Entscheidung werden. Und das ist auch wichtig für Europa, das Signal in die Welt, wir stehen zusammen, wir lösen unsere eigenen Probleme. Aber man muss, man darf sich nicht wieder vertrösten lassen, dass sie sagen, die Griechen, das Wort, was von einem Korrespondenten gefallen ist, eine Blitzlösung soll jetzt gefunden werden. Davon halte ich überhaupt nichts. Eine Blitzlösung heißt, es wird wieder schnell was verabschiedet. Aber entscheidend ist, dass es umgesetzt wird. Und daran hat es in der Vergangenheit gefehlt. Und da müssen die Kontrollmechanismen angesetzt werden. Sonst hat der ganze Sondergipfel überhaupt keinen Sinn. Und letztlich sind wir da ja auch schon einen Schritt weiter. Denn Alexis Tsipras hat zwar den Auftrag, in die Verhandlungen einzutreten dort, aber letztlich auch noch nicht das Okay vom Parlament, dann zu sagen, ja, genau so werden wir diese Sparmaßnahmen oder die Sparauflagen durchziehen. Aus Ihrer Sicht, Herr Schatzi Makakis, was würden Sie sagen, wie ist da im Moment, wo steht Alexis Tsipras jetzt? Jetzt auch nach diesem Referendum und dann letztlich so ein bisschen dieser Rolle rückwärts, die Sie so als eine innere Logik in Griechenland oder der griechischen Politik bezeichnen. Wo steht er da? Wie viel Rückenwind hat er? Also er hat es geschafft, innerhalb des griechischen Parlaments eine gewaltige Mehrheit hinzubekommen. Ein paar Abweichler seiner eigenen Partei. Da wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was man mit denen macht. Normalerweise werden in Griechenland Abweichler aus der Partei geworfen. Das betrifft aber die Parlamentspräsidentin in dem Fall und es betrifft einen seiner wichtigsten Minister. Er hat die Opposition hinter sich und das ist deswegen wichtig, weil eine der Lösungen sein könnte, dass Griechenland tatsächlich eine Umschuldung bekommt, aber dafür einen Gegenwert anbieten muss, nämlich die Privatisierung. Das hat ja nie geklappt in fünf Jahren. Und jetzt gibt es eine Idee, die auch aus Deutschland kommt. Wir hatten in der damaligen DDR ja das sogenannte Treuhandsystem. Sowas ähnliches liegt auf dem Tisch, ist noch nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert. Wenn Tsipras eine Treuhandlösung anstrebt, braucht er die Opposition und er braucht natürlich auch aus seiner eigenen Partei Syriza Unterstützer und die gibt es. Das wäre tatsächlich eine Lösung, wo dann auch die Bundeskanzlerin sagen könnte, ich mache das mit dem ESM. Was wollen die also machen? Griechenland muss ja seine Schulden jetzt zahlen, seine Kredite begleichen bei der Europäischen Zentralbank. Das könnte der ESM übernehmen, dafür als Garantie sozusagen griechische Privatisierungserlöse in der Zukunft über einen Treuhandfonds jetzt schon mal haben. So eine Lösung wäre heute Nacht noch möglich. Also das ist tatsächlich drin. Aber würde jetzt Tsipras, wenn ich da zwischenfragen darf, würde er dann nicht auch unheimliche Probleme innerparteilich bekommen? Denn eigentlich sind das Vorschläge, die man jetzt nicht unbedingt mit einer Partei in Verbindung bringt, die eigentlich eher so ein marxistisches Gedankengut vertritt. Ja, die würde er bekommen und insofern versteht man vielleicht auch, warum es für ihn so wichtig war, dieses Referendum zu machen, die Leute aufzupeitschen, Vertrauen bei den Leuten zu gewinnen, um dann aber Freiheit zu haben für politische Lösungen. Weil er kann jetzt sagen, die haben uns erpresst, ich stand unter Druck, ich habe die Opposition, die übrigens in Brüssel anwesend ist, die Oppositionsführer sind alle nach Brüssel heute Morgen geflogen. Er kann das mit denen direkt zusammen machen. Aber die Menschen, die bei dem Referendum für ein Nein der Sparmaßnahmen gestimmt haben, die fühlen sich nicht irgendwie jetzt veräppelt. Das müssen Sie mal einmal kurz noch erklären, wie das funktioniert. Also sie haben ja nicht gegen Privatisierung gestimmt mit dem Nein. Und sagen wir mal so, der Grieche ist froh, wenn der David dem Goliath am Knie kratzen kann. Er muss den Goliath nicht erlegen, aber ihn am Knie zu kratzen und dieses Referendum hatte diesen Effekt. Man hat die Europäer ein bisschen geärgert, das reicht ihm schon, um Heldenstatus zu haben und den hat Tsipras jetzt und den nutzt er aus. Ja, aber Herr Van Kampen, wie lässt sich das dann vereinbaren letztlich? Also auch so eine Strategie, die dahinter steckt mit, sagen wir mal, dem europäischen Demokratie-Gedankengut oder den Vorgaben, was da so ein bisschen da entgegenwirkt ja auch. Also auf so Helden wie Tsipras, da kann die Europäische Union gut verzichten. Das muss man einmal klar sagen. Er ist jetzt gewählt, er ist demokratisch gewählt und hat auch jetzt nochmal die Chance bekommen. Oder bekommt wahrscheinlich heute Abend seine letzte Chance, sich in die Europäische Union, in die Europäische Familie zu integrieren. Aber er muss kapieren, dass es Regeln gibt. Und eine Währungsunion kann nur zusammenhalten, wenn sich alle an gewisse Regeln halten. Und man kann nicht sagen, jetzt, ich kann meine Rechnung nicht mehr begleichen und ihr müsst dafür aufkommen. Und ihr seid die Bösen, wenn ihr das nicht bezahlen wollt. So kommt es ja rüber. Das ist doch absurd. Es muss die Regeln, wie sie in Maastricht festgelegt wurden, müssen Bestand haben. Nur dann kann eine Währungsunion auch funktionieren. Welche Lehren aus Ihrer Sicht müsste dann aber auch die Europäische Union unabhängig von dem Regelwerk ziehen, damit diese Währungsunion letztlich auch als eine politische Union mehr und mehr zusammenwächst? Also die Regeln sind ganz einfach. Der Grundfehler im Euro, der muss behoben werden. Das ist das Entscheidende. Und das heißt, wir haben eine gemeinsame Währung, aber wir haben in den 19 Staaten unterschiedliche Wirtschaftspolitiken, Finanzpolitiken. Das kann nicht so weitergehen. Und deswegen heißt eigentlich die Antwort, und das ist nicht sehr populär, die Antwort, wie wir rauskommen aus der Krise, heißt eigentlich mehr Europa. Ob das jetzt ein europäischer Wirtschaftsminister ist mit Kompetenzen, der eben auch in die Haushalte schaut, die Haushalte anmahnt, sagen, warum kauft Griechenland jetzt wieder 200 Panzer, um ein Beispiel zu nennen, das kommt nicht aus. Dann könnt ihr euren Haushalt nicht ausgleichen. Also das ist die Kernfrage, dass man den Grundfehler des Euro beheben muss. Wir brauchen nicht nur eine gemeinsame Währung, wir brauchen auch eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das würde heißen für die Griechen vor allem auch mehr Investitionen dann? Ja, in der Tat, Griechenland braucht nicht mehr in Militärausgaben zu stecken. Und ich glaube, da müssen aber auch alle mitmachen. Auch die Gläubiger, die in der Vergangenheit auch mal heuchlerisch gesagt haben, die sollen aufhören damit, aber unterm Tisch dann gesagt haben, jetzt unterschreibt mal den Panzer-Deal oder den Wartungs-Deal. Das war so und das muss auch aufhören. Aber Griechenland braucht Investitionen. Jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter. Es gibt ja sehr viel Geld in den EU-Kassen, die für Griechenland bereitstehen, Mittel, die für Griechenland bereitstehen, die aber nicht abrufbar sind. Warum? Weil der griechische Abrufmechanismus, ich sage immer dysfunktional, der ist ein bisschen kleptokratisch veranlagt. Also da sind einige, vor allem die Parteien... Sagt ein Griechen, sagt ein Griechen, wunderbar. Nein, ich habe mir das jetzt angeschaut. Also ich war ein Jahr lang Chefkontrolleur aller Ausgaben der Europäischen Kommission für das Europäische Parlament. Und da habe ich festgestellt, in Spanien, in Italien und in Griechenland läuft es oftmals nicht mit rechten Dingen zu. Was fehlt, ist die Kontrolle seitens der Europäischen Kommission. Ich habe damals mit Barroso verhandelt, weil der wollte natürlich die Haushaltsentlastung haben. Ich habe gesagt, kriegst du nicht. Kriegst du nicht, weil du nicht kontrollierst. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten. Die schieben also die Kontrollfunktionen untereinander hin und her. Da habe ich damals gesagt, nein, keine Entlastung, wenn nicht sofort gestopft wird, ist dann auch so gekommen. Hilft aber auch in Griechenland nicht, weil der Beamtenapparat ist sowas von den Parteien beeinflusst, die dann ihre Mittel da abrufen. Das muss geändert werden, das geht nur mit EU-Beamten griechischer Herkunft. Wenn man griechische EU-Beamte sozusagen für eine Zeit nach Griechenland schickt, die sich zunächst einmal ausschließlich um diese Investitionsmittel kümmern, dann wären wir schon einen gehörigen Schritt weiter. Man muss einfach diesen Bereich, dem Parteiapparat, den Politikern entziehen. Herr van Kampen, Herr Schatzi Makakis, ganz herzlichen Dank. Das war ganz viel Europa heute hier im Studio. Herzlichen Dank. Möge das irgendwie, wie auch immer, in einem guten Sinne, auf jeden Fall in Brüssel heute zu einer guten Entscheidung führen.